Ich war tagelang, wenn nicht sogar wochenlang in einer niedrigen Schwingung, weil es einfach eine Situation in meinem Leben gab, die mich echt umgehauen hat. Auch ein Thema aus meiner Kindheit, traumatische Erfahrungen, die sich wiederholt hat. Und es war so krass, dass ich tagelang mit negativen Gedanken ins Bett gegangen bin, mit negativen Gedanken aufgewacht bin und den ganzen Tag Personen in meinem Kopf hatte, mit denen ich gestritten habe, mit denen, wo ich versucht habe, mich zu verteidigen, wo ich versucht habe, mich recht zu fertigen. Das ging, wie gesagt, eine Zeit lang. Irgendwann ist es mir dann bewusst geworden, natürlich, das Ego liebt Probleme und das Ego liebt diese, wenn es extreme Probleme gibt und wo man sich darüber aufregt und keine Lösung findet und vielleicht Ängste hat und Sorgen hat und Zweifel hat. Das ist natürlich Futter fürs Ego und auch Leben fürs Ego, Energie fürs Ego. Es wird dann immer größer. Jetzt ist es so, ich selber, ich stelle mich ja jetzt großkotz hier auf YouTube hin oder auf Instagram oder auf TikTok und rede von positiven Gedanken, erzähle über das Nervensystem und rede darüber, dass es wichtig ist, dass wir mit positiven Gedanken ins Bett gehen, denn dann können wir auch Tolles in unser Leben ziehen. Ich habe es aber selbst wochenlang nicht machen können und habe dann überlegt, woran liegt es? Du erzählst es anderen Menschen und selber kriegst du es gerade nicht hin. Jetzt, wo das so reinkickt, wie gesagt, das ist ein Lebensthema, das hat es so reingekickt, das hat mich echt, hat mir den Boden unter den Füßen gerissen. Ich weiß ja, wie ich daran arbeiten kann und ich weiß ganz genau, dass wenn du dein Nervensystem regulierst, hast du auch Zugriff auf positive Gedanken. Ich hatte ja keinen Zugriff auf die guten Gedanken, sondern nur auf die schlechten. Es ging nicht. Ich war nicht in der Lage, Hoffnung zu haben oder positiv zu denken oder zuversichtlich zu sein. Nein, es ging nicht. Es war alles schwarz. Also wie bekomme ich jetzt den Zugriff auf gute Gedanken, auf positive Gedanken, auf erhebende Hoffnung, auf Zuversicht, auf Chancen und Möglichkeiten, die zu mir kommen, dass ich mein Problem lösen kann? Wie kann ich das schaffen? Das allererste, ich mache gerade aktuell eine Ausbildung, eine ganz intensive Ausbildung zum Thema Nervensystem und es ist unglaublich, was ich alles lerne. Wir alle haben ein Nervensystem. Wir werden damit geboren. Und wir werden damit unfertig geboren. Das heißt, wir müssen eigentlich von unseren Eltern reguliert werden, was in der Regel nicht passiert, was bei mir auch nicht passiert ist. Das heißt, mein Nervensystem war komplett am Arsch und so bin ich die ganze Zeit durch die Weltgeschichte rumgelaufen. Mit so einem Nervensystem zieht man natürlich nicht gerade immer positive Situationen an. Es geht aber erst darum, in dieser Situation, in der ich gerade war, wo ich Auseinandersetzungen hatte mit bestimmten Menschen, hat sich mein Nervensystem natürlich bedroht gefühlt. Es war in einem Kampf-Flucht-Modus. Entweder mich verteidigen oder kämpfen und auch im Erstauungsmodus. Ich war irgendwie in einer Mischung aus beidem. Das Nervensystem kennt jetzt nicht den Unterschied zwischen einem Menschen oder einem Tiger. Das heißt, mein Nervensystem hat sich bedroht gefühlt die ganze Zeit und deswegen hatte ich keinen Zugriff auf positive Gedanken. Denn wenn ich in einem Zustand bin, wo ich gerade im Angriff, also angegriffen werde und eventuell mein Leben verlieren könnte, das Nervensystem ist das Realität, dann ist es gefährlich, spirituell positiv zu denken. Ich muss negativ denken. Ich muss wirklich schwarz denken und gucken, was könnte schlimmstenfalls passieren und was kann ich tun, um jetzt hier schnell aus der Situation rauszukommen. Soll ich mich hingeben, mich unterwerfen? Soll ich lieber kämpfen? Soll ich fliehen? Nein, da ist nichts mit positiv denken und sehen, wie schön blau der Himmel ist und die Pflanzen genießen ist in dem Moment nicht möglich und sollte auch nicht möglich sein, weil sonst kann ich sehr schnell sterben und mein Leben verlieren. Deshalb ist es so schwierig, dann in solchen Momenten, wenn wir Auseinandersetzungen haben, Situationen haben, die uns nicht gut fühlen lassen, positiv zu denken. Das heißt, das allererste, was ich getan habe, ist erstmal mein Nervensystem regulieren. Und wenn ich dir jetzt hier Tipps gebe, ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich jeder gerade woanders ist mit seinem Nervensystem und für jeden Zustand gibt es eine andere Regulationstechnik sozusagen. Wenn jemand sehr überreguliert ist, braucht er etwas, was ihn runterbringt. Wenn jemand komplett unterreguliert ist, dann lieber etwas Aktivierendes. Deswegen muss man dann immer gucken. Aber was mir geholfen hat zum Beispiel ist Sport, ist mich im Raum orientieren. Das ist auch so eine Übung aus dem Nervensystem. Einen warmen Tee trinken, mich hinsetzen, meine Gedanken wahrnehmen. Das hat mich schon ein Stück weit Sicherheit in meinem Körper signalisiert, sodass mein Nervensystem runterkommen kann. Okay, ich bin nicht mehr in Gefahr, es ist alles gut. Und damit öffnet sich schon mal der Raum für positive Gedanken, für Lösungsmöglichkeiten, für Hoffnung, für Zuversicht. Und da gibt es fünf Schritte, die ich dann durchgehe. Der allererste Schritt ist, welche Gedankenmuster wiederholen sich. Das heißt, ich gucke ganz genau hin. Die Gedanken, die mich jetzt die ganze Zeit so fertig gemacht haben, was sind das genau für Gedanken? Und schreibe sie mir auf, das mag mein Ego gar nicht. Also das heißt, das Ego kommt und versucht zu sagen, dafür ist keine Zeit, mach das, mach jenes. Beobachte dich mal selber. Also es ist echt spannend, das Ego liebt ja dieses Problem. Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, wird es ja ein Stück weit sterben. Dieser Teil des Egos, der dieses Problem die ganze Zeit mit Energie füttert. Also die Zeit nehmen und dir auch bewusst machen, dass dein Ego versucht, dich davon abzuhalten, dass du es machst. Dir aufschreiben, welche Gedanken sind die ganze Zeit in meinem Kopf, die so negativ sind und mich runterziehen. Das Aufgeschrieben. Allein das Aufschreiben ist für mich erschreckend gewesen, in dem Moment zu sehen, dass ich diesen Personen so viel meiner wertvollen Energie schenke. Dass die in meinem Kopf sind, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, Samar, ihr kennt vielleicht den Spruch. Es gibt gewisse Menschen, die sind so oft in deinem Kopf, die müssen eigentlich Miete zahlen dafür, dass sie so viel Platz einnehmen. Ja, das erstmal angeschaut, das sind also die Gedanken und das sind meine Ängste, das sind meine Sorgen. Ganz authentisch und ehrlich aufgeschrieben. Im zweiten Schritt schaue ich mir an, diese Gedankenmuster, die ich die ganze Zeit habe. Welche Gefühle stecken dahinter? Welche Gefühle wollen gesehen werden? Denn wenn ich die Gefühle nicht sehe, also nur Gedanken aufschreiben bringt nichts, die kommen ja dann wieder, da steckt was dahinter, was von mir verarbeitet werden möchte. Das heißt, welche Gefühle stecken dahinter? Bei mir war unter anderem verleugnet werden in meinen Gefühlen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Dann waren noch ein paar andere Sachen, alles aufgeschrieben, was ich so in mir gefühlt habe. Auch Ohnmacht habe ich gefühlt, Ungerechtigkeit habe ich gefühlt, alles aufgeschrieben. Im dritten Punkt überlege ich, was braucht dieses Gefühl von mir? Und in der Regel sind diese Gefühle, wenn es echt extrem ist und schon seit Tagen wie bei mir, dann ist es ein sehr altes Gefühl aus der Kindheit. Dann sehe ich, okay, die Menschen, die mir gerade wehtun, sind meine Lehrmeister. Das mag mein Ego nicht. Und dann in dem Moment, wo ich leide, will ich es auch gar nicht hören. Jetzt kann ich es so ein bisschen großkotz auf YouTube erzählen oder in meinen Beiträgen. Aber in den Momenten, wo es echt gerade scheiße läuft, dann will ich nicht, dass mir jemand sagt, das ist gerade dein Lehrmeister. Was kannst du denn davon lernen? Weil es nervt dann erstmal. Aber rückblickend, wenn ich reflektiere, wird mir bewusst, okay, krass, das sind wirklich meine Lehrmeister. Und die haben mir gerade Schatten in mir gezeigt, die ich schon vergessen habe aus meiner Kindheit. Das sind Gefühle, die kenne ich, die sind alt. Und diese Gefühle sind, ist mein inneres Kind, das gerade schreit, das von mir umarmt werden will. Deswegen wiederholen sich diese Gedanken die ganze Zeit, damit ich zu diesen Gefühlen schaue. Also das Ego liebt es ja immer im Außen, die Täter zu finden. Und wenn ich ein Problem lösen möchte, dann muss ich in mich reinschauen. Ich darf in mich reinschauen. Und klar, auch im Außen auch arbeiten, aber jetzt rede ich über die Innenwelt. In mich reinschauen und sehen, boah krass, das sind alte, alte Gefühle. Das ist das innere Kind, das weint, das sich benachteiligt fühlt, das in seinen Gefühlen komplett verleugnet wurde. Das möchte jetzt von mir gesehen werden. Was kann ich für dieses Gefühl tun? Es ist eine unglaublich wichtige Arbeit, zu schauen, was steckt für ein Gefühl dahinter und was braucht dieses Gefühl jetzt von mir. Und dann im vierten Schritt gucke ich, welche neuen Gedankenmuster hätte ich jetzt gerne. Welche Realität will ich eigentlich haben? Also ich bete jetzt nicht mehr diese Zweifel an und glaube ihnen, auch wenn die gerade da sind, die Sorgen und das, was gerade läuft, sondern die göttliche Energie fließt durch mich, genauso wie auch durch den, der mir jetzt gerade wehtut. Und wenn die göttliche Liebe durch mich fließt, dann habe ich ja die stärkste Kraft in mir. Und dann kann ich auch überlegen, was möchte ich denn alternativ für eine Realität gerne haben und welche Gedankenmuster passen dazu? Mache ich mir Gedanken? Auch das mag mein Ego nicht. Ich gucke, dass ich mir Zeit nehme. Das mache ich nicht in einem Tag. Oft brauche ich dafür ein bisschen. Und schreibe mir auch diese Gedankenmuster auf. Du wirst merken, wenn du alleine diese paar Schritte gemacht hast, werden diese negativen Gedanken schon ein Stück aus weit weniger, weil dir bewusst geworden ist, dass du deine wertvolle Energie gewissen Personen und Situationen und Gedanken verstreust, die dir eigentlich wirklich nicht gut tun. Deine Energie ist viel zu wertvoll, als dass du solchen negativen Dingen den Fokus schenkst. Im letzten Schritt immer wieder daran erinnern, mein Nervensystem zu regulieren und das tagtäglich. Also was kann ich mir Gutes tun, dass mein Körper das Gefühl von Sicherheit hat und dass mein Körper sich einfach sicher und gut fühlt? Was kann ich für mich tun? Und das tagtäglich immer wieder ein paar Minuten etablieren. Und dann schauen, diese neuen Gedankenbilder, was passen dazu für Sätze? Was passen dazu für Bilder? Kannst du googeln, kannst du überlegen. Manche Gedankenbilder haben vielleicht keine Sätze, dann passen am besten Bilder dazu. Und dann machst du dir eine schöne Collage. Das kann man auf canva.com machen, kostenlos. Und kannst du dir als Bildhintergrund machen. Warum? Weil wir gucken ja ständig auf unser Handy. Und wenn ich mit diesen negativen Gedanken rumlaufe, ist es echt spannend auch bei mir. Manchmal bin ich gerade am Kochen oder mache was. Das sind wieder die negativen Gedanken. Ich muss kurz ins Handy reinschauen und erinnere mich mit meinem Hintergrundbild an die erwünschten Gedankenbilder, an den erwünschten Realitätszustand. Und dann nochmal auch daran erinnern, mein Nervensystem, wo bin ich gerade? Ist es gerade, fühlt es sich gerade aktiviert, unterreguliert? Bin ich gerade, fühle ich mich in Sicherheit? Also immer wieder diese Erinnerung, wo ich gerade hin möchte und wo ich gerade bin. Das hat mir geholfen, meine Schwingung anzuheben. Also das ganze Video jetzt zum Thema Schwingung anheben. Das sind die Punkte, die ich selber persönlich durchgehe, um meine Schwingung zu verändern. Ihr seht, das ist ein bisschen was an Arbeit. Und das ist manchmal ein Kampf mit mir selber, weil mein Ego das nicht möchte. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Denn, ihr kennt das auch aus den Religionen. Gott verändert deine Situation erst, wenn du anfängst, dich zu verändern. Und das ist die Arbeit, mich zu verändern. Die Kraft zu nehmen, diese Schritte durchzugehen oder mir helfen zu lassen, wenn ich es gerade nicht kann. Ich bin mir sicher, dass das Video dir sehr dienlich ist. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.